So, deutsche Sprache. Du kommst aus Benno in Holland, 40 Jahre alt, eine junge Frau. Das ist vor einem Jahr hier? Ja genau, da ist mir jemand drauf getreten. Ja, hier. Dann hat er Jahre Schmerzen. Ja, richtig lange. Und hier steht dann immer Spannung, wenn sie genau gehen. Ja. Jetzt die erste Behandlung, fast fett. Ja, ich war einmal hier und es war, ist jetzt, ist immer noch fast nichts mehr da, ein bisschen noch, aber... Ja, so, ich erkläre mal das. Die Leute kommt, die schworen, testen, so, als du mir kam, gegen, jetzt hast du stark. Vorher war hier keine Kraft gehabt, richtig? Nee, war wie Pudding. Ja, darum, die Muskeln arbeiten nicht, da steht immer Spannung. Die Leute testen hier, sehr wichtiger. Und hochziehen, er ist fester. Ja. Vorher hier wieder Pudding. Ja, aber auch Pudding. Darum, Sprunggelenke locker, die Kraft fehlt und die Kraft fehlt. Darum, die Muskeln, Sehnen immer schwach, da belastbar. Die Leute, Behandlung, erste Test. So, zweiter Test, hoch. So, guck mal meine hier. Locken lassen. Vorher war die Pudding, keine Kraft, ne? Ja. Ja. Und die auch keine Kraft. Nee. Jetzt mach mal fest. Jetzt stabilisieren. Ja, stark geworden. Dadurch, die Fuß hier kaputt, dann Nacken, Gelenke, Hüftgelenke, Nacken kaputt. Ja. Weil links schwach war. Die, wo Schwachstelle, Muskelgruppe, wieder stimulisieren, das Nervenband. Ja. Der Schwachräuter. Oh, bisschen blau. Die Muskelgruppe immer Spannung drin. Die habe kräftig gemassiert. K7. Junge hier drin, nicht? Ja, ja, genau, ja. Ja. Viel Blau gekriegt, nicht? Ja, genau. Weil Muskelspaltung, die Wasser angesammelt, da eine kräftige 사고, dann kommt Blauflecke. Die war ungefähr mit 10 Minuten Behandel. Dann nachher hier diese Stelle. Dann von Tibia die Knochen ein bisschen. Die wieder 10 Minuten. Da fast gleich. Dann innenmuskel wieder gelockert. Dann testen. Dann kommt Kraft. Dann kommt Kraft. Hoch. Testbar. Hier stabilisiert. Aber der war nicht stark. Wenn der Schwachräuter. Die muskulatur hier. Schon brau hier. Jaja. So. So. Hab ich selbst gebastelt. Mit Holz. So. Da wieder 10 Minuten. Dann testen nochmal. Starke. Der starke. Der starke. Dann schwung die Lenke. Hier stabilisieren. Dann. Die verletzten muskelsehnen. Arbeit wieder. Das war Hau. Und große Schuhe. Schuhe große her. Wie flexibel bewegt. Genau. Aber erste Behandlung. Ja. So gut wie weg. Back. Aber ein Jahr. Ja. Aber noch keine Spritzen bekommen? Nein. Ich sollte Einlagen tragen. Das ist alles Quatsch. Das wollte ich nicht. Ja. Die Leute spritzen. Dann geht mehr kaputt. Nerven durch Spritzen. Noch mehr stumpf geworden. Schmerzen frei. Aber andere Gelenke kaputt. Danke dir. Danke auch. Jetzt koreanisch.